Ja, heute mal wieder ein Video zum Optima-Steamer. Hier im Einsatz bei der Abluftkanalreinigung. Die Querverbindungsabluftrohre werden demontiert und mit Pistole und Lanze gereinigt. Der heiße Dampf löst die vorbehandelten Flächen extrem schnell. Es fällt hier zudem sehr wenig Abwasser an. Mit der Verlängerungslanze kommen Sie in die Rohrinnenräume und reinigen diese ebenfalls sehr einfach mit Dampf. Der Dampf erledigt die Reinigung der senkrechten Rohre dann, wie links beschrieben, praktisch im Alleingang.